Boozhoo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Man of Midan. Also für Dark Pictures. Ja, wo wir stehen geblieben sind. Also die Idioten da haben wir uns gefangen. Und ja, wir sind jetzt auf ein fleischverlassenes Schiff. Und die Idioten wollen ja das Manchuri-Gold. Was auch immer. Die wollen nur damit reich machen. Katze, nein, ich bin beschäftigt. Und ja. Dankeschön, Katze, jetzt weiß niemand, was ich sagen soll. Oder was ich sagen wollte. Vielen Dank, Katze. Ja. Okay, Leute, werde ich mal sagen, lasst uns nicht so lange quatschen. Und wir fangen direkt an. Ich kann nicht glauben, dass das hier passiert. Was zum Teufel ist mit Brad? Meinst du, er ist noch auf den Duke? Schwungel, Leute. Ich hatte gerade einen komischen Anruf bekommen. Ich weiß nicht von wen. Okay, weiter geht's. Ich weiß so viel wie du. Das Ding ist verdammt riesig. Ja, das stimmt. Geht doch jetzt weiter. Okay, was war dann auf der anderen Seite? Ja. Okay, nichts. Weiter. Ah, warte, ein Tagebuch. Okay, das könnt ihr selber lesen. Okay. Ich weiß nicht. Was war das? 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 Ah, ein Ratterkopf! Und das könnt ihr lesen, Leute! Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Na klar! Was war das? Was war das? Was war das? Ich glaube da unten bewegt sich was! Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Bist du blöd? Wir müssen aufpassen! Wir müssen aufpassen! Vielleicht eine Falle! Wir müssen die Chance nutzen! Bitte! Eiliger Mist! Oh Schnell! Sie sind neuer Valiber! Ich komme. Komm her! Hör auf zu schreien, sonst kann ich nichts hören. Ich hab nichts getan. Schnauze, ich will hören, wo die anderen sind. Was soll das? Ich dachte, wir folgen ihm. Wir müssen Abstand halten. So können wir sie überholen. Hoffentlich ist das schneller. Ich mach das. Alex. Okay, jetzt spielen wir den Alex. Was soll das mit der Kapelle? Oh großer Gott, warum muss ich mir das ansehen? Internes Memo. Bereich 7c wurde für die Dauer des Überfahrts als temporäre Kapelle eingerichtet. Vor der Crew wird ruhiges und respektvolles Verhalten in diesem Bereich erwartet. Gezeichnet. Kaplan. Kopie an. Ja, ja, weiß ich nicht. Was war das? Hörst du das? Nicht lustig. Gibt es da was zu sehen da? Nein. 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 Was ist da vorne? Okay, nichts. Genau wie Detroit. Und Heavy Rain. Warte mal. Hier waren wir schon. Äh. Ich glaube nicht. Ich schwör's, hier waren wir schon, Alex. Hast du uns im Kreis geführt? Komm schon Leute, wir müssen weiter. Wir waren auch nicht hier. Soup du jour, wat moselle? Das ist das, als ob du dich in der Küche auskennst. Bitte. Bleib cool. Ich mach doch nur Spaß. Scheiße, oh Gott. Alex? Was ist denn? Siehst du dir das an? Sieh doch mal selbst. Wow. Oh, stopp' ja. Hm. Hm. Hey, Vorsicht damit. Wir sollten jetzt keinen Blödsinn machen. Nettes Messer. Könnte ein schönes Mitbringsel für meine Angreifer werden, wenn du verstehst. Könnte nützlich sein. Man weiß ja nie. Vielleicht brauchen wir's. Sicher heißt sicher. Weil immer nur friedlich und höflich geht nicht. Weil es auch bei Modestus genau so. Ich glaube, wir müssen hier wohl durch. Was ist das denn hier? Ich glaube, wir müssen hier wohl durch. Okay. Einen Moment, Leute. Was war das? So, bin wieder da. Ich muss noch kurz was machen. Nein. Äh, vielleicht musst du mal zum Ohrenarzt kommen. Tagebuch. Das kann der selbst lesen, Leute. Okay. Okay. So. Ah, was ist das? Oh, aber wir spielen jetzt auf meine Art jetzt. Dann sollten wir weiter. Ich habe irgendwas gesehen. Es hat sich in den Schatten bewegt. Okay. Besorgt. Ratten. Wahrscheinlich nur Ratten. Mehr war es nicht. Jetzt lach mich bloß nicht aus! Okay, hier waren wir schon. Sind wir ganz sicher? Wir laufen hier im Kreis. Was willst du jetzt tun? Umdrehen? Hier sind wir schon gewesen. Na cool, Jack. Wir haben nicht viele Optionen. Wir müssen hier... Okay. 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 Nein. Da macht es mich mit. Was? Olle Särge und scheiß Kapellen. Nicht mein Ding, weißt du? Es ist krass. Hast recht. Es ist eklig und krass. Wir müssen ganz schnell hier raus. Und wir müssen Fliss finden. Okay, gut. Können wir dann die Fliege machen? Ah, ach so. Hätte ich gesagt, reiß dich zusammen. Ist eigentlich respektlos. Ach so. Oh, wie süß. Schockiert. Guck mal. Das ist verrückt. Ist das ein Mensch? Also, war das mal ein Mensch? Was zur Hölle ist hier los? Das ist echt mieses Mojo, Alter. Okay, weg hier. Sofort. Weg, weg, weg. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sieh mal der hier. Wie für ein Kind. Will ich nicht wissen. Hauen wir ab. Ja, vielleicht ist das Baby Dracula. Und das sind seine Eltern. Und alle schlafen in Erde aus ihrer Heimat. Und dann stürfen sich alle auf Conrad und saugen ihn aus. Ende. Boah, was für eine Bitch, ey. Das sind ja ganz schön schwere Schlösser an den Sagen. Warum sind da Ketten und Schlösser? Tja. So kann man eine Beziehung auch wählen. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Willst du mich ausrippen sehen? Ja. Können wir einfach hier weg? Ha. Ist da was? Irgendwas? Okay, nichts. Können wir uns beeilen? Ich hab genug Geld. Alles klar. Wir müssen flissen. Die Zeit wird knacken. Was macht denn so ein Geräusch? Äh, welches? Boah. Warum so glitzeblank? Oh. Das ist der Fluch. Das ist der Fluch. Jede Medizin, die wir finden, wird alt sein. Könnten immer noch helfen. Vier Jahre Studium und du verschreibst mir 80 Jahre altes Aspirin und sagst bis morgen? Davon wird der aber nicht krank, oder? Nein. Medizin ist Medizin. Mist! Hey, jetzt ist nicht die Zeit für doofe Spielchen. Im Ernst. Ich halt's nicht aus. Ja. 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 Was ist das denn? Nein, lass das. Das ist doch eklig. Haha. Alter. Wo zur Hölle ist Conrad? Conrad? Vielleicht mal Luft schnappen. Conrad! Hä? Was zur Hölle? Ist der vor Angst krepiert? Echt gruselig. Oh. Hm. Okay. Der Typ hatte eine Appendizitis. Das ist ziemlich normal. Und dann, dann starb er an einem fetten Herzinfarkt. Das ist gar nicht so normal. Hashtag nö. Nö. Hm. Kann man die irgendwie ausschneiden oder sowas? Ach, scheiße. Kann man gar nichts machen. Leider. Conny? Conny! Oh. Conny, wo zum Beispiel bist du? Wo ist Conrad? Er ist bestimmt vorgelaufen. Conny? Äh, pst, still. Pst, pst, still. Ich schreie, wann ich will. Conny! Wo zur Hölle ist der hin? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wohin bringst du mich? Du glaubst, das sag ich dir. Füße ist unentdeckt. Merkt stark. Sag mir, wo wir hingehen, verdammt! Du weißt gar nicht, was du tust. Du weißt doch bloß, was er dir sagt. Stopp. Okay. Okay. Ah, da ist nichts. Okay, komm raus! Zeig dich! Verdammt! Verdammt! Dieser Kahn ist verflucht. Was war das für ein Geräusch? Worüber redest du? Ich will jetzt kein Wort mehr. Und schon! Wisst du... Was, wenn ich mal rübergehe? Himmel! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Der Typ! Der Typ ist bestimmt immer noch hier. Ich meine, du stirbst hier und dein Geist bleibt da. Ach was. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Und dann, du hast keine Ahnung, wovon du redest. Los! Okay. Okay. Was denn? Scheiße! Was machst du denn? Lass mich doch sehen! Arsch! C'est quoi ce bordel? Was, Söre, ist denn hier los? Was zum Teufel? Was denn jetzt hier los? Ah-ha. Okay. Okay, was ist denn da? Ah-ha. 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 Ist er jemand? Oh, verdammt! Oh, verdammt! Hä? War ich... War ich schon einmal hier? Ah-ha. Das sieht nicht gut aus. Ah! Ah-ha. Okay. Okay. Da gibt's ja nichts. Dann geht's geradeaus. Ich hab' Angst. Ich hab' Angst. Okay, da war's... Okay. Dann haben wir schon gemacht. Eine Wasser. Okay, geht's nicht weiter. Wo geht das dann da? Oh Mann, was war hier los? Frage ich mich auch. Charles T. Paris. Ah. Das ist doch dieser Soldat. Nee, doch nicht. Nick. Scheiße, 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 scheiße. Verdammter Mist. Fuck. Hä? Hä? Okay, okay, komm schon. Komm schon. Leicht sich zusammen. Komm schon. Komm schon. Okay. Okay, okay, okay. Leicht sich. Okay. Leicht sich jetzt. Susann. Leicht sich. Leicht sich. Komm schon. Leicht sich. Mann. Okay. Du brauchst das. Ah. Ach du Scheiße. Ah, was ist das? Was ist das? Ah, nichts. Alle barfuß. Ah, jetzt können wir... Jetzt können wir es lesen. Ne, doch nicht. Ah, nein! Hallo? Wer ist da? Das ist nicht gut. Gehen wir mal nach links. Links war mir noch nicht. Perfekt. Perfekt. Okay. Was ist denn hier passiert? Oh. US-General Inferntree. 14. Division. Locker-Room? Hallo? Geh mir noch nicht. Guck mal was da ist. 20. Juni. 0130. Streit in Crew. Ausgerüst von PVT. Wagner. Jetzt in Gewahrsam. Gewalt breitet sich in der Crew aus. Erbitte. Anweisungen. Da müssen wir da durchgehen. Verflucht. Toll. Perfekt. Wunderbar. Erbitte. Ja. Ja. Jetzt reicht's mir. Was? Das ist... Cool. Was war das da eben? Okay, erstmal kurz weg. Mal gucken, was da auf der anderen Seite ist. Okay, da ist die Toilette. Ein Scheißhaus. Dreckig. Jetzt halten wir die Luft an. Kopf hoch, B-Boy. Komm schon. Okay. 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 Ah! Okay. Okay. Kontrolle. Okay. 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 Ich weiß nicht, wer das war. Ah, was ist das? Ah. Materialforderungsformular. Menge Beschreibung. Einmal Atem geregt, einmal Filter. Vorgesehene Ausgabe, ja. Eingabe von PVT Gordon Young abgelehnt. Falls abgelehnt und der Ablehnung privater Young wurde dann schon eine Gasmaske zugeteilt. Aha. Das sieht's. Ja, okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, ich mache jetzt hier einen Cut. Okay. Vielen Dank, dass ihr meine Videos geschaut habt. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann wisst ihr Bescheid, was ihr machen müsst. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und, ja, Leute. Ihr könnt mir unten einen Kommentar hinterlassen. Ich würde es mir auf jeden Fall anschauen. Auf jeden Fall. Und, da würde ich mal sagen. Au revoir. Ciao. Bis dann. Euer Jin Yakuza. Tschüss. Tschüss.